moin hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal und heute gibt es hier eine runde shakes and fidget wir werden heute den ersten von den fünf neuen dungeons betreten und zwar wird das das horrorhaus sein ja jetzt kommt ja jeden freitag für die nächsten fünf wochen gut diese woche jetzt mit inbegriffen ja ein neuer dungeon raus und wir werden jeden freitag so gut es geht so schnell wie möglich um 16 am start sein wie hier schon bereits in den news um 16 geht das ganze los ab 240 kommt man in die lichtwelt ab 350 in die schattenwelt heute werden wir die lichtwelt versuchen zu bezwingen mal schauen wie stark die sein werden und morgen werden wir dann in die schattenwelt mal reinschauen und gucken wie weit wir dort kommen werden ja wir haben es jetzt 1 nach 16 uhr ich aktualisiere noch mal den browser und jetzt können quasi die keys zu der zu dem dungeon gefunden werden in der mine hier schon genau hier das horrorhaus jetzt ist es entschlüsselt vorher war es ja hier so ein ja so so ein in sack getütetes etwas jetzt haben wir hier einmal das horrorhaus sie haben mehr angst vor dir als du vor ihnen für den schlüssel in der edelsteinmine sobald du folgendes erfüllt hast erreiche stufe 240 finde ich jetzt sehr geil dass das alles jetzt so ein bisschen ja verständlicher gemacht worden ist für neue spieler was man machen muss wie man dort hinkommt zu gewissen sachen ab wann man was oder was man freischalten muss und ob man das schon erreicht hat ja um halt eben gewisse gegenstände zu finden das einmal hier in der lichtwelt hier ist es in der schattenwelt hier sieht man dann auch noch mal den key und ja dann werden wir uns mal auf die suche machen wir schauen wir nach boom und haben direkt den ersten schlüssel hier und hier ist auch ein neues symbol blinkt hier links an der seite wird jetzt auch nicht mehr hier übrigens im inventar gut geschrieben genauso wie ganz viele andere sachen auch werden nicht mehr zwischen gelagert spiegelscherben seelen et cetera alles mögliche dungeon keys wird hier nicht mehr zwischen gelagert sondern wird direkt hier zum freischalten genutzt lichtwelt gehen wir rein hier der erste schlüssel wurde gefunden sehr sehr nice und jetzt können wir ja hier so ein bisschen durchrasieren das einzige was ich jetzt so ein bisschen vermisse ist bei dieser neuen aufteilung der map jeder einzelne dungeon hatte ja einen spezifischen hintergrund gehabt den habe ich jetzt hier bisher wenn man jetzt hier halt auf den dungeon rauf geht ist man halt hier zur hälfte immer noch in der map und zur hälfte wird ein hier der gegner angezeigt was das für ein gegner ist was er hierfür für den schaden verursacht und so weiter und so fort und ja das vermisse ich jetzt so ein bisschen das ist quasi der text hier auch schon mit drin enthalten aber dieses hintergrundbild das fehlt mir vielleicht das wird wahrscheinlich jetzt im kampf zu sehen sein aber wir werden mal schauen erst mal ja wie das ganze hier aussieht also wir sind jetzt drin schon im dungeon bereits und wir haben hier den ersten gegner vor uns besteckkopf heißt dieser eine moderne interpretation des schönheitsideals wem es nicht gefällt der bekommt aufs maul ja stufe 240 und ich würde sagen wir gehen rein und hier haben wir auch schon den hintergrund von dem ich bereits gesprochen hatte also hier ist er dann zu sehen der war jetzt nicht sehr stark sag ich mal ne ich denke mal wir werden heute durch die lichtwelt durchkommen und morgen wird es glaube ich ein bisschen interessanter werden ich weiß nicht ganz genau da der dann schon ja hier relativ weit unten angesiedelt ist glaube ich mal dass der relativ easy machbar sein wird wir sind ja in der lichtwelt in der schatten welt schon weit ganz ganz viel weiter oben und wenn wir hier den gegner den dann schon gegner hier in der in der schatten welt hier so weit unten besiegt ja angesiedelt ist denke ich mal sollte das auch morgen kein problem werden das ist wichtig hier da müssen wir darauf achten das müssen wir mal am laufen halten 200.000 intelligenzpunkte ausdauer punkte auch bald hier am start wir gehen rein der nächste gegner konzeptioneller beweis die person die ihn erschaffen hat ist das echte monster aber gegen ihn musst du ja zum glück nicht kämpfen ja also gegner design wie der 10 von 10 muss ich sagen gefällt mir sehr gut wir klatschen die noch direkt weg weg ich glaube das wird hier heute keine großartige herausforderung werden ach so gut mussten wir noch mal draufklicken hat nicht richtig geladen hier oben sehen wir jetzt auch übrigens die ganzen gegner die noch folgen werden ich hatte das ja alles nicht so richtig gesehen auf meinem account da ich ja auf dem schon in der lichtwelt durch bin oder in der schatten welt nur noch zeus vor mir habe alle chars die bereits schon alle dungeon gegner gelegt haben für die es halt die hälfte des bildschirms quasi unbrauchbar weil da nichts mehr weiter angezeigt wird für alle leute die noch auf dem weg dahin sind es ist natürlich sehr nützlich aber für die leute die im late game sind und halt eben alle also ein super late game und alle bosse schon besiegt haben für die ist dieser abteilliche quasi unbrauchbar weil da nichts mehr angezeigt wird habt ihr ja gesehen bei mir in der lichtwelt zum anfang als ich den noch nicht freigeschaltet habe den dann schon weil stand hier einfach auch nichts so wir haben hier dracula als nächstes für ihn bist du nur eine blutkonserve auf zwei beinen ja das werden wir natürlich uns nicht gefallen lassen hier vom guten dracula ja weiß nicht warum das warum man immer extra draufklicken muss ich glaube das ist so noch nicht ganz gemeint meister der telefon streiche haben wir hier scream am start klingelt da gerade dein telefon ja da ist natürlich die frage was geht ab was geht ab so wir gehen rein und sind auch schon wieder draußen in dem dungeon ja aktualisieren das ganze noch mal und da sind wir hier auch schon bei der fünf von zehn liebenswerte zwillinge der nächste gegner hier sie wollen doch nur ein spiel mit dir spielen sehr angenehmer ausdruck der augen muss ich sagen kaum gestört so haben wir mensch okay das ist das ist nice aber auch das hier das muss das muss natürlich gleich umgewandelt werden hier in skill punkte da wollen wir hier gar nicht weiter großartig rumdiskutieren wir haben es ja auch das sind ganz viele events auch am start hier wenn wir uns mal in der taverne hier umschauen da haben wir hier auch natürlich helloween ist am stüssel wir haben hier die prachtparade aurala grusprost ihr kennt die ganzen sachen hier alles am stüssel und was mir auch sehr gut gefällt ist halt eben die ja map die komplett im dichten nebel gehüllt ist das ist auch gefällt die die ja ansicht gefällt mir auch sehr sehr gut ist übrigens auch hier im dungeon bereich der fall nur dass halt eben ja man nicht ganz so viel davon hat halt eben die hälfte weniger als vorher die dungeon karte wurde quasi so ein bisschen beschränkt irgendwie also das ding ist das das sieht alles so aus als ob es immer mehr auf mobile so ausgelegt wird die ganzen neuen updates und mit dieser funktion dass man quasi nach oben scrollen kann haben sie jetzt problem bewältigt was ja lange problem war und zwar diese überfüllte dungeon karte die ja keine keinerlei abbilder mehr zugelassen hat für neue dungeons und durch dieses hoch scrollen haben sie auch noch ein weiteres problem gelöst für zukünftige dungeons ist ja eine scroll funktion quasi unendlich also man kann hier ja unten anfangen und kann hier die ganze zeit hoch scrollen das heißt da ist sehr viel spielraum für unendlich viele dungeons in der zukunft eventuell was ja früher nicht so gegen weil die ach die mehr halt eben relativ begrenzt gewesen ist so freundlicher kanalisations clown er bietet dir einen ballon an und du ergreifst vor freudig zu bringen wir den ballon zum platzen let's go ja ist bisher noch nicht so die große ausbeute gewesen hier da haben wir die therapeutenpuppe ja sehr sehr nice sehr freundlich gesinnt auf jeden fall in dem er dich versucht abzumorxen möchte er dir nur helfen dein leben wieder auf die rechte bahn zu bringen mal schauen was hat er so drauf nichts weiter als zahnbelag so aber wir bekommen hier zumindest ein bisschen gold raus dass es jetzt hier heute nicht so die großartige herausforderung wird war mir schon relativ klar aber wir schauen morgen mal was das ganze in der schatten welt für uns bereithält ne so dein schlimmster albtraum hier freddy krüger am start dass er dich jetzt auch im wachen zustand verfolgt muss bestraft werden ja das ist ja wirklich ja also wenn man wenn man den in seinen träumen hat dann braucht man auch keine feinde mehr deswegen let's go rein da haben wir das und wieder aktualisieren und da haben wir auch hier den ja ist ein bisschen schade muss ich sagen jetzt dass das hier auch irgendwo gespoilert wird das ganze weil ja sonst hat sonst haben wir immer nicht gewusst wer der endboss ist jetzt sehen wir es halt schon im vorfenster hier das ist ein bisschen schade muss ich sagen ja nimmt so ein bisschen den den endboss vorweg wo man so früher gesagt hatte so wer könnte jetzt der der letzte gegner sein so na jetzt sieht man es halt schon ja kann man sich drüber streiten ist ansichtssache ob ihr es nice findet oder nicht das muss jeder für sich selbst wissen ich muss sagen ja es hat schon irgendwo was aber so dieser effekt dass das ist der endboss krass ja das ist jetzt halt eben dadurch verloren gegangen so hier haben wir jason metzger von nebenan er möchte doch nur seine viele viele tier künste an die er verfeinern so let's go haben wir das auch ich glaube wir wollen kein einziges mal getroffen da kann das sein und der endboss flimmerkisten mädchen das passt wirklich ganz gut denn die flimmerkisten sind wirklich ein albtraum hier in dem game mal funktionieren sie mal funktionieren sie nicht mal sind sie da mal nicht manchmal wird lucky coins gut geschrieben mal eben auch nicht ihr kennt alle das problem da haben wir jetzt eine glückchen wir gleich rechtsklick drauf haben wir den arsch mit ohren das ist auf jeden fall deutlich ansehnlicher ja also dass das hier der endboss im horror dungeon ist das kann ich durchaus verstehen ist auch eine ungewollte anspielung muss ich mal sagen ist glaube ich wirklich ungewollt aber ist halt wirklich die flimmerkisten wirklich horror auf gerade für die free to play spieler denke ich mal unter euch ihr werdet das problem kennen wenn ihr nur lucky coins fahren wollt und da kommt halt einfach nichts oder ja ist verbuggt oder so wir kennen es alle ja schon so mancher ungeduldige abenteurer ist hier zum opfer ja gefallen wir nicht wir one shotten das ganze ding hier und haben ein epic und damit auch das erste achievement freigeschaltet heller geister jäger das horrorhaus in der lichter welt bezwingen das war relativ easy kein dungeon geöffnet das ist sehr schade so wenn wir jetzt hier die karte neu laden dann seht ihr hier 50 prozent des bildschirmrands sind komplett useless kann man nichts mehr mit anfangen weil man das ding hier hat eben schon durchgespielt hat ja kann man nur noch in der schatten welt ein bisschen was anstellen da werden wir dann halt eben morgen reinschauen wir haben den schlüssel noch nicht gefunden den werde ich mir wahrscheinlich jetzt bald ziehen das ding werden wir verkaufen einfach mal und haben jetzt wieder ein bisschen punkte gut gemacht ja sehr viele neue achievements die wir uns hier erarbeiten können das ganze haben wir hier jetzt gemacht das erste der erste baustein ist gelegt quasi und morgen geht es dann weiter mit dem dunklen geister jäger ich denke mal das sollten wir auch hinkriegen aber bis dahin sollte es erstmal für heute soweit gewesen sein wenn es euch gefallen hat lasst gerne bewertungen kommentar dazu da würde mich auf jeden fall sehr freuen ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen tag vielen dank fürs zuschauen haut rein und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.